Deutschlands Konsumklima in der Krise. Seit 2008 haben die Deutschen nicht mehr so zurückhaltend eingekauft. Obwohl die Inflation zuletzt etwas nachgelassen hat, kennen die Preise nur eine Richtung nach oben. Alles wird teurer, ein Satz, der den Alltag vieler Menschen prägt. Renommierte Marktforscher von GFK und NIM zeigen alarmierende Zahlen. Ein Rückgang des Konsumklimaindikators um dramatische 1,4 Punkte auf minus 28,1 Punkte für November. Die Hauptübeltäter, explosierende Nahrungsmittelpreise, die die Kaufkraft der Bürger stark einschränken. Und es kommt noch dicker. Die Wirtschaft erwartet keine schnelle Erholung. Das Einkommen der Bürger, gefangen in der Inflationsspirale. Der letzte solcher Konsumdämpfer, 2008 während der Finanz- und Immobilienkrise. Die steigende Arbeitslosigkeit und Firmenpleiten verstärken die Sorgen der Bürger. Und das ist nicht nur ein Gefühl. 2000 Deutsche wurden von GFK und NIM dazu befragt. Das Ergebnis, eine tiefgehende Analyse, die den gesamten Konsum von Shopping bis zur Miete unter die Lupe nimmt. Ein Weckruf für Wirtschaft und Politik. Wir warten auf das grüne Wirtschaftswunder. Wann kommt es endlich? Schön, dass Sie reingeschaltet haben. Über ein Like, ein Kommentar und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Wie sehen Sie die Situation? Wie ist Ihre persönliche Situation? Das würde mich sehr interessieren. Glauben Sie noch an den Aufschwung dieses Jahr? Oder wird sogar die Ampelkoalition noch platzen und eine Koalition zwischen SPD und CDU, CSU entstehen, um Deutschland zu retten? Man munkelt so einiges. Das könnte vor der Tür stehen. Wie stehen Sie dazu? Würde mich sehr interessieren. Auf jeden Fall bleibt es spannend. Auch noch vor dem Hintergrund von zwei Kriegen, die in der Welt wüten. Ja. Und einiges mehr. Das kann ich hier nicht sagen. Das kann ich hier nicht sagen. Das kann ich hier nicht sagen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020